Hallo allerseits, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr unschwer erkennen könnt, melde ich mich heute aus einer anderen Umgebung als sonst. Und zwar bin ich in Nördlingen, zu Besuch bei den Feriendampftagen im Bayerischen Eisenbahnmuseum. Natürlich nehme ich euch mit ins Eisenbahnmuseum, also bis gleich und viel Spaß beim Zuschauen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020